1, 2, 3, 4 Jawohl! Meine Ehrschaften! Unglaubliches wird passieren! In der nächsten Bablatsch in der 16. Blum haben wir The One and Only, The Master. Der Zonkos-Welt-TV nicht nur im Chat, sondern live in der Opiumhöhle, Donaufhöhlt. Und das dürfst du natürlich nicht verpassen. Patrick ist dabei. Jawohl, endlich ist der Zonko hier eingekommen. Und wir haben ihn natürlich nicht einlassen, wenn er nicht mit einem Erndl bewaffnet ist. In diesem Sinne, gefreit euch drauf. Zonko, ich hoffe, du gefreist dich auch. Ich freu mich mörderisch. Jawohl, es wird mächtig. Montag, 20.15 Uhr, Satz dabei. Live und jetzt!